Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Nightcry. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns einfach ein bisschen umschauen, wie schon angekündigt. Denn irgendwie haben sich die Dinge ja schon dadurch verändert, dass der jetzt hier am Bock gelaufen ist und dass die Explosion war. Ups, wo läufst du denn hin? Runis! Auf jeden Fall gucken wir einmal hinter die Theke da im Klamottenladen. Da waren ja so viele Motten, die sich da ausgebreitet hatten. Vielleicht ist da was Interessantes. Ansonsten in den Cargo-Room kommen wir ja nicht mehr rein. Das haben wir schon ausprobiert. Gucken wir mal. Uh, auf jeden Fall ist da jede Menge Blut an der Wand. Aber sie interessiert sich natürlich nur für die Kasse. Okay, also scheinbar ist da nichts. Ich kann auch das Blut nicht auswählen oder so. Nee, 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 nee. Ich gucke bestimmt nicht nochmal in das Ding rein. Da kommt er gleich schon wieder raus. Hä? Wieso stehen eigentlich die Klamotten wieder gerade? Ich komme langsam durcheinander hier ein bisschen. Das eine Mal hatten wir ja auch nicht gespeichert, aber... Wir könnten noch in das Kinderzimmer reinschauen. Also in diese Kinderunterhaltungs... Uh, guck mal, da ist auch jede Menge Blut an der Wand. Da ist wahrscheinlich auch jemand geköpft worden oder so. Hm, da hinten wäre das Bad, aber ich weiß nicht, ob da was ist. Ich gucke mal hier erstmal nur rein. Okay, sieht erst mal normal aus. Okay, hier ist auch alles normal. Nur so ein paar Papierstücke. Da gehen wir nicht ran, nein. Ah, guckt mal. Das ist ganz blutig diesmal und sie denkt sich, ach, sehr interessant. Aber eigentlich interessiert es mich nicht. Okay. Conny. Conny. Also hier ist irgendwie nichts, würde ich sagen. Dann gehen wir jetzt einfach mal hoch. Ja. Obwohl. Irgendwie, wo war denn dieser Aufzug? War nicht irgendwo noch ein Aufzug? Aber war der hier? Nee, der ist oben. Wir gehen mal die Treppe hoch. Ich glaube, da könnte noch was sein. Dadurch, dass wir jetzt die VIP-Card haben, beziehungsweise die hatten wir ja vorher schon, aber vielleicht geht ja doch der Strom wieder. Okay, nee. Also hier zumindest nicht. Das ist irgendwie auch lustig. Ich meine, die hier, die leuchten nicht. Aber da oben, die, die leuchten sehr wohl. Naja. Aber Logik, ne, in diesem Spiel. Das haben wir ja schon gemerkt, dass das nicht immer zutrifft. Nein. Wo denn? Was? Hi! 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 Oh. Oh, da haben wir aber Glück gehabt. Nein, 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 nein. Gehst du wohl. Oh, geh hier runter. Hi, geh doch. Wo können wir denn hin? Wo können wir denn hin? Oh nein. Oh Gott. Oh, das war so fies eben. Oh, wo ist denn das Bad? Wo ist denn die Toilette? In welche Richtung? Verdammt. Ich glaube, ich gehe falsch. Was könnte denn da sein sonst, wo wir uns verstecken könnten? Weiß ich nicht. Ich muss erst den Gang sehen, damit ich mich wieder erinnere, wo das eigentlich ist. Das Kinderzimmer. Vielleicht können wir uns ja hinter den Blöcken, wo er sich eigentlich versteckt hält, verstecken. Bitte. Okay, sieht ganz gut aus. Die Frage ist halt, ob es klappt. Aber er kennt das Versteck zumindest noch nicht. Also naja, er hat sich halt selber da versteckt. Also eigentlich kennt er es, aber naja. Okay, das schaut doch ganz gut aus. Oh. Diese Sicht der Dinge hatten wir ja noch nie. Ach doch, hatten wir. Aber irgendwie diese Kameraperspektive war neu. Okay, das hat ja super gut geklappt. Aber dann würde ich fast sagen, waren wir schon auf dem richtigen Weg nach oben. Dann schauen wir mal nochmal. Ich glaube hier lang, ne? So. Dann gehen wir natürlich nach oben. Denn er kam auch von dort. Also scheint dort etwas versteckt zu sein. Oder zumindest geht es da irgendwie weiter. Ich weiß zwar immer noch nicht wie, aber egal. So, ab nach oben. Ach so, wahrscheinlich doch an diesem Elevator. Wie gesagt. Wo die VIP-Card jetzt verwendet werden kann. Aber ich kann mich an den genauen Weg dahin leider nicht mehr erinnern. So. Was war denn zum Beispiel hier hinten? Da war auf jeden Fall ein Raum. Ich glaube, da ist das Café oder so. Diese Bar. Ich gucke mal kurz, ob da noch irgendwas zu erledigen ist. Ne, da ist ein Gang. Ach so. Dann ist hier vielleicht der Aufzug gewesen. Na? Die machen es aber spannend. Ja, hier ist das. Ich probiere mal, ob das funktioniert. Ja, geil. Oh, ist aber voll dunkel hier drin. Ah, da. Diese komische Kameraposition dann hinter ihr. Und dann sieht man noch einmal schön, wie ihre Haare hin und her wedeln. So. Okay, wow. Das ist ja schick hier. Und vor allem scheint hier nichts Schlimmes passiert zu sein. Sieht alles noch tipptopp aus. Uh, keine Auswirkungen der Explosion. Ach, verdammt. Das war der Türknau. Sorry. Also wieder rein. Könnte sogar die Kapitänskajüte sein. Hier ist ein Tisch. Dieser Tisch wurde poliert. Ah, man sieht ein bisschen Blut. Ah. Ach, da. Da sieht man ein bisschen Blut. Nein, ich glaube, sie meinte wirklich so Reste, die man noch erkennen kann. Die halt versucht wurden, herauszupolieren. Ah, hier sind verschiedene Akten in dem Regal. Personal Evaluation Record. Was? Was? Ich konnte es nicht so schnell lesen. Ich habe zu lange gebraucht für das Wort. To be related. Ja, mit dem tagtäglichen Geschäft, glaube ich, ist gemeint. Also jetzt halt einfach nichts Besonderes. Nichts, was für unsere Belange interessant wäre. Öh, was ist das? Das ist so fleischiges Zeug auf dem Boden. Und es stinkt nach Blut und Tod. Ich möchte das wirklich nicht länger anschauen. Nein. Was könnte wichtig sein? Ah, ups. Ist hier noch was? Die Pflanze? Ah, Bücher. Über Klima in verschiedenen, oh, in verschiedenen Ländern. Marien, also Meeresleben und, okay, egal. Es scheint nichts Wichtiges zu sein. Was haben wir hier? Jemand hat an diesem Computer gearbeitet. Da sind Textdateien. Äh, da scheint jemand was Russisches übersetzen zu wollen. Hat der Käpt'n versucht, diesen Text zu dechiffrieren? Oh. Es scheint, als hätte jemand versucht, das Tagebuch eines Mannes namens Vigo zu übersetzen. Hört sich aber nach einer schlechten Maschinenübersetzung an. Äh, meine Tochter Jolanda wird endlich ihr Kind bekommen. Wie viele Tage und Nächte wurden ausgetauscht, bevor das bestätigt werden konnte? Das unmoralische Kind wurde von meiner Tochter getragen. Und das Kind Otto, er ist mein Sohn und Katalyst? Was? Jolanda wartet auf irgendwas. Ja, ich kann ihre fröhlichen Stimmen hören. What? Okay, du schaust dir nochmal die Maschinenübersetzung an. Die Maschinell... Ach so. Das ist also nochmal das Gleiche, oder was? Ja, ich glaube... Okay. Hm, interessant ist das schon... Oh, da ist noch was. Die meisten Tagebucheinträge wurden in kyrillischen Buchstaben geschrieben. Das kann ich nicht lesen. Okay, kann das vielleicht wer anders lesen? Ich weiß nicht. Wir können damit ja scheinbar nichts anfangen. Oh, da können wir durchgucken. Man kann den Mond durch die Wolken beobachten. Unter anderen Umständen wäre das ein wunderschöner Ausblick. Okay, das ist wieder das Gleiche. Hm. Sonst ist hier nichts weiter. Da sind die Bücher. Na ja, ich sag mal, wir haben was herausgefunden halt. So ein paar Hintergrundinfos. Upsa! Okay, sorry. Da bin ich ein bisschen dazwischen geraten eben. Okay. Ich guck mal, was hier um die Ecke ist. Oh! Hallo, Miss. Das hier ist die Gegend des Captains. Das ist nicht der Ort, an dem sich Passagiere befinden sollten. Und Sie sind? Ich bin Vigo, der Besitzer dieses Schiffes. Den kennst du doch, Rooney. Tut mir leid, Miss. Aber Sie müssen hier ein kleines Schläfchen halten. Was? Umgefallen. Ende. Das wäre jetzt krass. Nee. Bestimmt nicht. Irgendwo werden wir jetzt halt aufwachen. Nein! Das ist doch schon wieder das Purgatory-Ende. Wir haben tatsächlich irgendwas verpasst. Oha. Das ist aber jetzt lahm. Ich dachte schon, dass das unterschiedliche Enden sind. und dann nicht teilweise die gleichen Enden, die man bekommt. Auf verschiedenen Routen. Hm. Okay. Was könnten wir... Ja, wir müssen uns wahrscheinlich unten noch weiter umschauen, bevor wir den Aufzug nach oben nehmen. Oh, Moment. Das Bild hatten wir letztes Mal nicht, oder? Hatten wir das am Ende mit dem... Weiß ich jetzt nicht. Äh. Gucken wir uns mal History an, ob da jetzt noch ein anderes Ende hinzugefügt wurde. Pre-established Harmony heißt das hier. Nein, ich wollte mir das gar nicht angucken. Ich kann es nicht überspringen. Ah, doch, kann ich. Alles klar. Ich dachte schon. Okay. Ist aber fast gleich, nur dass wir halt nochmal das Monster am Ende gesehen haben. So, wo komme ich denn dann jetzt raus? Wo hatte ich denn zuletzt gespeichert? Ah, so sieht das übrigens aktuell aus, ne? So sind wir hier lang. Wir sind also auf dem linken Weg. Und da sind wir voll straight durch. Hier sind halt andere Möglichkeiten. Aber das ist tatsächlich so... Oh, aber wieso ist das grün? Was haben wir nicht gemacht? Did you give the wedding ring to Angie? Okay. Und dann kommen wir also auf diese Route. Wir müssen Angie finden. Bevor wir da um die Ecke gehen. Ja, und da oben scheint Angie ja nicht zu sein. Also muss sich Angie noch irgendwo befinden. Ja, dann würde ich sagen, begebe ich mich mal auf die Suche. Aber dann mache ich einen kleinen Cut jetzt. bis ich sie gefunden habe, ne? Das muss ja jetzt nicht sein. Ach, verflixt. Wo sind denn wir jetzt gerade? Jetzt sind wir ja schon auf der tollen Ebene. Komme ich denn noch zurück? Oder muss ich einen vorherigen... Doch, das kann man hier verwenden. Das kann man sehr wohl. Oh, ich komme nicht mehr zurück. Okay. Okay. Mechanische Geräusche von der anderen Seite. Du benutzt es also tatsächlich nicht mehr? Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Verflixt und zugenäht. Okay. Dann muss ich leider einen Schritt zurück gehen. Und einen Checkpoint laden. Wo ich hoffentlich nicht so viel machen muss. Mal gucken. Können wir uns ja noch gemeinsam angucken. Wo das ist. Aber auf jeden Fall kann es nicht mehr. Yes. Okidoki. Wo kommen wir raus? Was ist das hier für ein Moment? Was haben wir denn jetzt gerade? Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung gerade. Ah, da sind wir rausgekommen. Ja, okay. Ist in Ordnung. Also, ich begebe mich mal hier auf die Suche. Wir sehen uns gleich wieder. Angie. Ah. Rooney. Uh. Angie. Oh, Rooney. Erschreck mich doch nicht so. Okay. Tut mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass hier wirklich jemand drin ist. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Okay, das ist ja super. Wir haben Angie gefunden. Angie, geht es dir gut? Dein Bein. Oh, ich hatte ein kleines Treffen mit diesem Monster. Aber ich bin momentan einfach nur glücklich, dass ich am Leben bin. Aber wieso hast du dich nicht da versteckt? Ja, da war es sicher. Aber das dachten wir nur. Irgendwie hat er uns dort auch erwischt. Und die anderen? Was ist mit denen? Ah, ich weiß es nicht. Alle wollten einfach nur fliehen. Ich natürlich auch. Hm. Ja. Ich hoffe, alle, die dort waren, haben es sicher rausgeschafft. Du hast keine Ahnung, was ihnen zugestoßen ist? Dieses Monster hat alle in Panik versetzt. Wir haben uns alle dort schnell auseinander verteilt. Es war totales Chaos. Und ich habe mir natürlich Sorgen gemacht. Ich wollte einfach nur sicher raus. Nein, keiner würde sich darum Gedanken machen. Natürlich nicht. Ich glaube, noch was wird sie wahrscheinlich nicht sagen, oder? Ja, nee. Das hatten wir eben schon. Hm. Oh. Okay. Wedding Ring. Bitte sehr. Ähm, hier. Johns. Ja, es ist Johns. Hast du ihn gefunden? Nein, ich habe das von Monika erhalten. Und John, er ist... Oh nein. Oh nein, nein. Ich dachte es mir schon. Ich dachte, dass das der Fall sein könnte, seitdem Monika an Johns Smartphone rangegangen ist. Er muss wohl das Telefon gehalten haben. Wegen mir oder so? Ja, vielleicht. Danke sehr. Das ist das Einzige, was mir noch von ihm bleibt. Das bedeutet mir echt eine Menge. Oh, voll traurig. Ja, was kommt als nächstes? Ich werde einen Weg finden, zu überleben. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, aus dieser Situation rauszukommen, aber ich versuche es. Wow, du bist ziemlich tough, nicht wahr? Oder vielleicht liegt es an all dem, was du durchmachen musstest. Ich glaube, du hast dich verändert, seitdem wir uns da in dem Cargo-Ding getroffen haben. Hier, das könnte nützlich sein. Oh, wir kriegen was. Ein Ball? Ein Billardball, um präzise zu sein. Äh, der First Mate hatte einen von den dreien. Er hatte drei von denen? Seltsam, nicht wahr? Wie in einem Film. Vielleicht hat er eine Todesnachricht hinterlassen. Eine Todesnachricht? Ah, ja, vielleicht wollte er uns etwas sagen. Aber ich habe leider die anderen beiden Bälle irgendwo verloren, als ich fliehen musste. Das ergibt Sinn. Vielleicht gibt es da tatsächlich mehr hinter. Okay. Ich bin nicht sehr zuversichtlich. Zuversichtlich? Weswegen? Na, ob diese Bälle überhaupt was bedeuten? Es könnte ein Zufall sein, dass er sie festhielt. Nein, das wäre wirklich ein unnatürlicher Zufall. Ich glaube, du bist da schon auf der richtigen Spur. Wirklich? Ich hoffe es. Hoffentlich kann dir das irgendwie helfen. Oh mein Gott, die sind immer so schnell. Ah, okay, das hatten wir aber. Okay, verstehe. Wir haben also was bekommen jetzt. Und zwar einen dritten Ball. Vielleicht sollten wir dann auch noch, bevor wir... Bevor wir den Aufzug nehmen, noch mal uns den Billardtisch angucken, wo sie ja gesagt hatte, dass scheinbar Bälle fehlen. Aber ich muss jetzt leider, glaube ich, erst mal die Verfolgungsjagd noch mal machen. Wenn ich jetzt die Treppe hochlaufe. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Von daher mache ich erst mal noch einen Cut. Bis gleich. So, wir sind gleich beim Gamesroom und ich hoffe, dass da irgendwas ist mit diesen Bällen. Wir hatten ja auch schon mal versucht, die darauf anzuwenden, aber da war ja damals gar nichts passiert. Hier ist der gewesen. So, die wurden da verteilt. Okay, ein paar scheinen zu fehlen. Ich probiere mal. Ja, 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 ja. Wir wissen es schon. Ah, verflixt. Nee, scheint nichts hiermit zu tun zu haben. Ich gucke mal noch mal kurz, ob hier irgendwo was ist, beziehungsweise... Okay, langsam setzt der Rigor Mortis ein. Wie nennt man das? Das ist die Totenstarre, ne? Genau. Okay, ich gucke mich noch ein bisschen hier um. Irgendwas muss hier ja eigentlich noch sein. Hier ist das mit dem Whisky, das hatten wir auch. Okay, ich mache aber jetzt einen Cut. Wie gesagt, ich schaue mich um, aber es läuft ja weiter, das Aufnahmeprogramm. Also, sollte ich was finden, dann wird es sowieso anschlagen. Äh, Quatsch, was labere ich denn da? Sollte ich was finden, wird es aufgenommen. Laber die... Ich bin halt verwirrt. Moment, war da eben was? Moment. Ach, ich dachte bei diesem Ball da auf dem Boden, da dachte ich schon, geil, was gefunden. Aber leider nicht. Na gut, bis gleich, ihr Lieben. Ich probiere hier noch ein bisschen was. Tja, ihr Lieben, also ich habe irgendwie nichts mehr gefunden. Ich würde fast sagen, wir probieren nochmal aus, wohin es uns verschlägt, wenn wir jetzt doch wieder hier hochfahren. Vielleicht passiert ja jetzt doch oben noch was anderes, dadurch, dass wir die Kugeln haben. Keine Ahnung. Ich überspringe das mal, das kennen wir ja schon. Dann kommen wir hier an und dann können wir da rein. Aber hier werden wahrscheinlich hauptsächlich Sachen sein, die wir schon kennen. Genau, hier sind die Flecken. Da ist das Buch. Äh, Quatsch, die Akten halt. Hier haben wir dieses eklige Zeug. Ihre Reaktion verändert sich da auch nicht wirklich. Sie will das nicht mehr anschauen. Hier kann sie ra... Wow! Hier kann sie rausschauen. Wenn sie Licht anmacht, bringt das auch nichts, oder? Wow! Vielleicht passiert hier noch irgendwas. Das ist das Gleiche. Wartet mal, kann man die Maus noch? Ach so, nee, das ist dieses eklige Zeug, glaube ich. Genau, da wollte jemand das Tagebuch übersetzen. Und dann kann man es sich halt nochmal angucken. Und hier ist noch... Ja, das kann sie halt nicht lesen. Aber vielleicht können wir hier nochmal wen anrufen. Ich probiere das nochmal kurz. John Thompson ist ja tot, aber das wäre eigentlich Monica. Da kommen wir aber nicht durch. Vielleicht noch Kelly. Von der haben wir vor lange nichts mehr gehört. Ist immer noch besetzt. Hm. Ja, die anderen sind ja eigentlich alle tot. Verflixt. Ich fürchte, wir werden wieder ins gleiche Ende reinrennen. Aber wir gucken mal, was passiert. Ob es wieder das Gleiche ist, oder ob diesmal ein Unterschied ist, dadurch, dass wir alle Bälle haben. Ich meine, das ist ein gewichtiger Grund. Alle Bälle haben. Oh, er ist nicht da. Er ist nicht da. Wie geil. Worauf soll ich klicken? Ach, du Schande. Wahrscheinlich auf die, die wir besitzen. Aber ehrlich gesagt, muss ich dafür erstmal nachschlagen, wo normalerweise Billardkugeln überhaupt liegen. Sorry. Ich falle immer über meine eigenen Worte. Okay. Okay. Ich würde hier gerne raus. Das ist natürlich falsch. Ja, wenn ich rate, bringt das nichts. Das gucke ich, glaube ich, mal nach. Das weiß ich nämlich nicht auswendig, wo Billardkugeln, also wie die normalerweise angeordnet sind. Aber sobald wir das wissen, wissen wir, wo die Zahlen jeweils liegen. Und dann können wir das anklicken. Dann mache ich jetzt erstmal einen Cut, weil ich nehme ja auch schon wieder ganz schön lange auf, weil ich wieder cutten muss zwischendurch. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Nightcry wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.